Überprüfen Sie die Atmung, indem Sie den Kopf überstrecken, sehen, hören und fühlen. Wenn Sie normal atmet, drehen Sie die Person auf die Seite. Überstrecken Sie den Kopf, rufen Sie so früh wie möglich den Notruf 144. Kontrollieren Sie bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Atmung im Minutentakt. Die Atmung im Minutentakt